hallo und herzlich willkommen zu einer special folge mit dem karten unserem stargast der darf heute mal elements vl spielen weil er hat sich nämlich auch gekauft und ich bin ja so schlecht und jetzt muss ich mir von dem pro zeigen lassen wir haben zwar gerade schon eine aufnahme gemacht aber da hat leider die tonspur gefehlt und die zahl 131 stand im raum sekunden natürlich so schnell war ich genau ich wusste ich könnte ja mal schätzen raten wie viele er jetzt braucht und wir probieren das jetzt mal aus wir nehmen aber müssen aber dann noch auf die alte weg wir müssen aber das ist das level muss man aussuchen das ist dann wahrscheinlich das da darf ich hier entern so nein nein das ist es nicht das ist es nicht dann einmal zurück mein mann jetzt bin ich super vorbereitet wenn wir mal die ja das ist auch das ist es an den tag konnte ich vorhin schon nicht ich bin es jetzt doof dann wer macht es wie es geht scheiße ich habe kann ich jetzt hier rein pushen ja die erste das heißt er spielt jetzt gerade die erste und wenn ich jetzt den knopf drückt dann könnte es sein dass ich glaube eben so ein bisschen rein pushen hä das gibt es nicht weh wollte gerade irgendwie nicht nicht eigentlich los kann wenn wir die klaren das ist die experimentelle wenn wir vorteile bei das sektor der reifen ich will ich will aber pfuschen nichts darauf drücken nein drüber mussten zufügen ich hab's vor nicht geschafft musste doch ein also das ist anscheinend das war es wusste ich ich wollte es nur testen wir müssten ja eigentlich noch eine traurige nachricht überbringen oder dass ich nicht spielen kann so 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 nein das wäre es jetzt gewesen hätte ich das geschafft hätte hätte fahrrad geht er ja 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 ist gut ja nicht durch ja nicht wollte eigentlich noch stein drücken aber das ist zu wenig schwung aber weißt du was ich gerne mache ich frage von vorne das ist jetzt wieder ein lost element mehr hast du auf nimm mal jetzt das weißt du keiner 131 haben wir gegen was falsch ja Idee oder auch nicht keine Ahnung hä? Doink abgestoßen Ist das mal schön hier zu sitzen um zuzugucken Du lässt arbeiten? Ja genau ich lasse arbeiten Nein! Ich sage auch immer dass die ganzen Fortschritte ins Team alle von mir sind Ja Ja Na alter Warum denn nicht gleich so much? ich weiß es nicht Uhoo Ich weiß Scheiße wir zu gerne geschwimmen Boah alter 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 aber Ey Pro Auf eii'm schlechtem Level Weight Ich werd 약 water Wie würde es ... den hier? Scheiße Aaaah người doch schon so oder? Sota randaliert im Hintergrund, die spielt nämlich gerade Submania. Nein! Oh, hättest vorher noch mal drücken müssen. Stein. Nein! Wie ich mich frage, seht ihr, ihr habt ja dieses schwarze Ding da gesehen, wie man da... Nein! Ach, das war das... Ach, das war... Nein, viel Spaß. Oh ja. Den Park musste ich nämlich machen gerade eben. Gas, 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 Gas. Das war zu viel Gas. Runter, runter, runter. Ah, das ist nicht so schnell! Ja, du konntest ja vorhin hier üben. Ich hab das Mikro extra nie aufgenommen. Nur damit ich das noch mal machen... Ja, ich weiß, ich hab keine Energie mehr. Ah, scheiße! Sollte Leute auffassen, was hier getan wird? Scheiße. Scheiße. Krise. Krisensetzung. Luft, Luft, Luft! Nein! Nein, daneben! Ah! Nein, scheiße! Oh, fuck, das kann ich wirklich wissen. Ich hab doch verflucht in meinem LP. Wie, du fluchst in meinem LP? Nein, nein! Das hat niemand gesehen. Diese Szene schneiden wir raus. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Richtig. Äh, was mache ich ja für einen Scheiß? Fuck nicht. Oh, komm, 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 komm! Hä? Oh, genau auf die Spitze! Du hast einmal Luft gedrückt dazwischen. Echt? Das hat euch aufgefallen. Nein! Und nochmal, weißt du, schön, waaaat! Nein! Scheiße! Ja, ich war zu weit. Ich war einfach zu weit. Das Schlimme ist, da darf man ja mit gar nichts drankommen. Nein! Doch! Ich weiß nicht, ob es gerade zu war. Mal. Man soll ja nicht denken, dass wir uns absprechen irgendwie. Nein, nein! Tun wir nie-ma! Ach, was mache ich denn für einen Scheiß? Ich weiß nicht. Das weiß keiner hier. Ich dreh einfach gerne Runden. Das hatten wir vorhin auch schon. Da, nochmal! Und weil es so schön war. Ach, so kam die Zeit von, äh... Was hatten wir vorhin? Draußen muss keine Schlag nicht tun, sie gucken. Pff AH! IAHHH Wir können ja nachher machen und eine Runde Slenderman aufnehmen. Oh Gott. Was ganz neuруll. Eine Rival. AUAH! Eh, rude, rude! Wowh, ey, riei, rumh, wowh,anohoh! Gib Gas, gib Gas! Das war zu viel Gas, nach oben, vor allem. Es hat sich gescheiße. Und nochmal. Und ... Schweben, schweben. Ich schwebe. Ich hab Gas, 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 Gas! Ja, nein! Nein, Geiss! Entschuldigung. Ich glaub, so unterdenkt sich auf ihren Teil. Ich glaub, die hört uns gar nicht. Nein! Doch! Das war nicht auf meine Absicht. Jetzt kam er einfach so. Jetzt hast du das vorhin so schnell geschafft. Tja, pro, weißt du. Ja, ist recht. Ach, was so schön war. Komm, 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 gut, gut. Oh, war wie knapp. Und war so schön, man. Noch einmal. Komm, 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 komm. Jetzt aber! Scheiße. Das war zu gut. Was mach ich denn? Ich hol bloß nochmal Schwung jetzt. Lass mich doch ausholen. Ich muss weit ausholen. Ich hab nichts gesagt. house, hier ist typisch bereit. Ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's nicht drauf, ich hab's nicht drauf. Ich hab's nicht drauf. So lassen mich vor. Oh, ich hab's nicht drauf. Und ich verhungere. Da darf ich jetzt ab, oder? Weil ich hab den hier vergessen. Scheiße, es war zu lange. Es war neu! Uuuu! Ich kann in der Rückvideo. Das wird sowieso nichts. Nein, ich weiß ja nicht. Oh, der ist gut, der ist gut. Gas, 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 Gas! Ach so, das war zu lang. Hä? Das ist mein Spirition. Du hast zu wenig, zu wenig... Ähm, Energie hier. Der war es! Der hat Frucht. So. Ja, da stand gerade was. Da unten ist ein geheime Raum. Da stand gerade was. Da ist ein geheime Raum. Ja, ich weiß! Da stand gerade was! Ja! Maul mich nicht an! Ähm, frag nicht. Ich will keinen Kommentar dazu hören. Und die Lippen sind versiegelt. Ja! Ja, ich weiß. Ich werde sie bestimmt schicken. Ich werde sie bestimmt schicken. Das letzte Mal in den Mund. Du bist super! Du bist super! Guckst du! Wie kommt man da hin? Ich muss wahrscheinlich da... Ich muss wahrscheinlich da... über dem... ...dringst du runterfallen lassen! Warte mal! Und dann. Du bist großartig. Oh jetzt kommt es. So und jetzt? Du bist großartig. So und ja, damit beenden wir jetzt die Folge. Nein, das ist nicht das Ende vom Level. Was sollen wir jetzt hier unten? Weiß nicht. Chill. Das Stein. Das Stein? Das Eis? Das Stein? Das Eis? Das Stein? Das Eis? Das Stein? Das Eis? Keine Ahnung. Und jetzt? Und was macht man hier in diesem Geheimdruck? Du wolltest da hin zur Geheimkammer. Ich hab nur gesagt, dass es da eine Geheimkammer gibt. Ich hab nicht gesagt, dass wir da hin sollen. Guck mal, da gibt es eine Geheimkammer. Ah Moment, ich muss da sofort hin. Moment, ich hab mein DTB. Jetzt, jetzt, jetzt. Gas, 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 Gas. Nein, nein. Hohoho. Eis. Ja. Geht doch. Ach, kennst du die Stelle, ne? Ja, die kenn ich auch noch. Und nochmal. Jetzt, 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 jetzt. Ach, verdammt. Das war ganz knapp. Zu spät auf Eis gedrückt. Und nochmal. Ich sag doch, ich mag gerne die zweite Runde. Das hatten wir letztem Mal auch schon. Ach, machen wir noch eine dritte Runde. weil es so schön war. Und noch einmal. Wui, wui. So, jetzt aber. Klapp. Ja, gut. Gut, 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 gut. Ja. Ja. Schön, schön. Schwung. Und, jawoll. Und schnell. Ach, das, jetzt, das war das hier. Ja, jetzt. Ach nein, es kommt das hier. Nein. Oh nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ja, ja, ja. Ja, 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 nein, 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 nein. Wui, 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 wui. Man hört Soto im Hintergrund lachen, also, sie kriegt uns mit, sie kriegt uns mit, sie kriegt uns mit, ja. Wui, wui. Wui, oui. Scheiß allein, das ist mir auch noch nie passiert. Das war dieses, nee, ich will jetzt da unten lang, haha. Ja, schon. Wui, fett. Wui, fett. Na, neben? Nein. Gri Survivorum, wir gehen. Oh nein, das geht ja. Nein! Doch! Oh ja, jetzt aber! Ich muss gleich das Ende, schnell geheil dich! Nein! Entschuldigung! Ganz knapp! Jetzt! Komm schon! Nein! Nein, ich hab keine Idee! Jetzt aber, jetzt aber! Und... Steine, Eis, ja! Steine, Eis, ja! Und... Jetzt aber, jetzt aber! Du brauchst Schwung! Nein! Also, ich glaube jetzt zwar nicht, dass wir die 131 toppen, aber... Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab und sag... Wie gut unter 100! Hm... Ich sag über 100! Ich sag über 100! Aber das ist schon fast zu... Schon fast zu viel! Nein! Komm schon! Do it! Do it! Jetzt da! Nein, nein! Zu spät, zu spät! Scheiße! Zu spät! Das gibt's nicht! Also, ich sag über 100! Du sagst über 100! Schreibt mir in die Kommentare! Schreibt's in die Kommentare! Schreibt's in die Kommentare! Also, hier so da unten, ganz weit unten! Ganz, ganz weit unten, wo es keinen Menschen mehr sieht! Doch, wir sehen's! Niemals! Ja, ja, ja! Nein, nein, nein! Ja, ja, ja! Nein, nein, nein! Ja, ja, ja! Nein! Nee, es kommt vergessen! Es kommt vergessen! Es kommt vergessen! Komm! Es geht nicht! Nicht aufnehmen! Niemals! Los! Ja, ich sag, es geht nicht! Glaub mir halt! Ich hab das Spiel schon gespielt, da war ich dreieinhalb! Keine Ahnung! Was? Vergiss es! Wie alt bist du? Älter! Älter! Älter als gestern! Älter als gestern! Ja, genau! Eintag gestern... Äh, sch... Ein tag gestern als älter! Scheiß! Das war... Nö, ich schläg mich da jetzt! Ich schütt... Ja, aber sogar Bock, weil... Oh, mich dummt es da die ganze Zeit! So! Logs hat seinen Spaß! Und er muss auch... Er muss auch, dass man nichts tun soll! Ich muss nicht, dass... Ich find das ist ein Traumbedingung! Es ist ein Traumbedingung! Er hat jetzt... trieb ab dem skum die konstruiert am liebte bilderlose sagt uns kommt ganz viel ist ja bei uns kommt im skarsten und zu trüsten der was du bist hier der raum verregt das gleich Ich wollte es mal demonstrieren. Da fehlt nur noch dieser kleine Atompilz. Schau mal. Ich entfliege da. Aber jetzt wird es da. Ach, ich hätte vielleicht auch Eis machen sollen. Wäre sinnvoller gewesen. Oh, gut gelandet. Jetzt aber. Scheiße, nein. Ah, so, so. Oh, ja, das war jetzt aber. Nein, dann kann der Lava gehen. Die Lava steigt nur, wenn du sie siehst, glaube ich. Dann will ich sie gar nicht mehr sehen. Ho, 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 geh, 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 geh. Nein! Oh, komm schon. Ich bin beobachtet von uns, Ute. Oh, gut gelandet, gut gelandet. Das passiert, wenn ein Mann die Energie fällt. Er kommt nicht hoch. Er kriegt... Okay, nein, lassen wir das. Wieso ist es... Noch nicht spät genug. Das passiert, wenn ein Mann die Energie fehlt. Er kriegt seinen Stein nicht hoch. Er kriegt seinen Stein nicht hoch. Schön formuliert. Ja, den Stock gibt es hier in dem Spiel nicht. Achso. Das ist so ein Pech. Tja. Hab ich das vorhin nicht gemacht? Der Ding ist so wunderschön, so flüssig, weil... Da hast du aber auch ein paar Mal gebraucht. Ja, aber... Ich hab's doch mal rausbekommen. Also ich glaub, ich tendiere doch... Was hab ich vorhin gesagt? Über 100? Also über 100. Ja, ich hab's doch mal rausbekommen. Scheiße. You trust in me, dass ich über 100 schaff. Weil ich bin immer da hängen. Da ist so eine komische Kante. Ja, dann bleib doch halt einfach mal nicht an der Kante hängen. Achso. Ja. Ich muss jetzt mal probieren. Mensch, das hilft. Wenn ich nicht an der Kante hängen bleib. Das ist, glaub ich, ja fast ein bisschen. Jetzt. Ja, jetzt. Das war zu früh. Ja, du hast jetzt gesagt. Du musst auch zweimal Stein benutzen und nicht nur einmal. Und dann so, na, ich seh den jetzt da hin. Also. Ja, guck. Nein. Nein. Gott, nein. Damit. Was? Nix. Gleich darfst du, wenn du mich nochmal beschwerst. Ich bin... Ich beschwer... Soto, hab ich mich beschwert? Nein, ich hab mich nicht beschwert. Zum Glück hast du nicht Kante geschaut. Guckst du. Guckst du. Ups. Ne? Ah. Time to say goodbye. Ja, genau. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Warte? Ein, zwei Stunden vielleicht. Warum das besser? Wir wissen vom vorherigen Level, dass nach dieser letzten Chance dort hinten, der der, der, der das Holzpark ist. Ja. Aber... You shall not springe über die Lava. Das. Oh, oh. Der Heater. Nein! 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 Also ich check dann mal meine E-Mails. Warte, wo ist mein Handy? Was gibt's denn? 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 Meine Schwester hat mir geschrieben. Ach so. Ja dann. Seine Schwester hat mir geschrieben. Ja. Dann lies doch mal vor. Nein. Ihr wollt die Black and White ISO haben. Ach so. Dann sagst du ja. Natürlich, das ist meine Sicherheitskopie. Oh mein... Nein! 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 Wieso? Wieso? Da ist es! Warte, warte, warte! Wenn die... Du, wenn die Lava so blubbert, dann kannst du drüber schweben, glaube ich, oder? Ja. Doch, normalerweise kannst... Dann musst du nur ganz ganz wenig Energie verwenden. Ich halte schon, glaube ich... es ist leider Röntgen da als ablassen das kann das ist ja ich bin warum auch nicht ist denn dein Let's Play also liebe Kinder heute machen wir ein Let's Play für nicht erwachsen ja das habt ihr jetzt nicht gehört ja so dann möchtest du mal zeig uns mal wie das geht das gilt uns jetzt das Ziel aber nur Offscreen Offscreen ok Offscreen werden wir aufnehmen ich kann dir gerne den Bildschirm ausmachen das ist kein Problem aber dann und dann aber weißt du mit verbundenen Augen Klein Teil ja klar muss das Endlos Let's Play hinterlegt das nächste das ist richtig ist doch so schön Scheiße ich will nicht dass wir ihn morgen wieder heimschicken richtig ich muss immer hier bleiben Elements VL spielen ich kann ihn auch in den Keller sperren ich kann ihn auch in den Keller sperren stimmt das für Sota ist er wert ich hatte keine Energie was soll ich machen keine Energie kein Stein du weißt du Tja wenn ein Mann keine Energie hat dann kriegt er seinen Stein auch nicht runter das ist ja gerade zwei Weisheiten hier Konfuchio sagt kriegt ein Mann seinen Stein nicht runter dann hat er keine Energie mehr gehabt und schmeißt seinen Eiswürfel in die heiße Lava und dann freue three ist nett Konfuchio sagt Eiswürfel auf Stein nicht gut das ist großes einfach nur Dusel ist das das sagen viele aber in Wirklichkeit ist das50 Das war scheiße. Scheiße knapp vor allem. Das wird nichts. Kulung! Ah, Kulung. Ich bin leicht angespannt. Yeah, und und und. Und 7.1? Nicht denn besser. Wie hast du denn vorher die 131? Ich weiß nicht was du hast. Du hast für die Vorlage gespielt. Daran nichts. Totsiv. Aber trotzdem aber die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Richtig. Okay wir haben es endlich geschafft. Wir sind am Ende vom Level. Und darum sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal